Die Deutsche Giganetz GmbH hat es sich zur Aufgabe gemacht, einen Glasfaseranschluss flächendeckend zur Verfügung zu stellen. Mittlerweile sind die ersten Kabel auch verlegt und die ersten Anschlüsse bereit. Ich bekomme aktuell immer wieder den Auftrag, bei der Einrichtung der Fritzbox bei verschiedenen Kunden zu helfen. Heute zeige ich euch, wie ihr selbst die Fritzbox einrichtet. Wir schauen uns die Internet- und die Telefoneinstellungen anhand der Fritzbox 7590 an. Wichtig ist, ihr solltet aktuell schon von der Giganetz ein Schreiben bekommen haben mit den Zugangsdaten. Einmal die Internet-Zugangsdaten, pppoe, das ist ein Benutzername, ein Passwort und eine VLAN-ID. Und die Telefonzugangsdaten, das ist ein Benutzername, ein Passwort, eine Rufnummer und ein SIP-Registrat. Fangen wir an mit den Interneteinstellungen. Auf unserer Fritzbox-Oberfläche gehen wir auf den Punkt Internet, dann auf den Punkt Zugangsdaten. Als allererstes müsst ihr oben auf IPv6 klicken, dann die IPv6-Unterstützung aktivieren. Wir gehen auf den Punkt native IPv6-Anbindung verwenden und klicken dann IPv4-Anbindung über DSL-Lite herstellen an. Danach auf Übernehmen. Ich mache das bei mir nicht, denn ich habe keinen Giganetz-Anschluss. Wenn ihr das erstellt habt, geht ihr zurück auf Internet-Zugang. Hier wählen wir bei Internet-Anbieter weitere Anbieter aus und im nächsten Dropdown andere Internet-Anbieter. Wie ihr seht, gibt es hier die deutsche Giganetz nicht. Es gibt die deutsche Glasfaser. Das ist aber was anderes. Wir klicken auf andere Anbieter und können diesem dann einen Namen geben. Deutsche Giganetz. Nun ist wiederum wichtig, dass ihr unter dem Reiter Anschluss, Anschluss an externes Modem oder Router wählt und im nächsten Schritt bei Betriebsart Internetverbindung selbst aufbauen. Zugangsdaten werden benötigt. Ja, hier gebt ihr nun euren Benutzernamen und euer Kennwort ein. Scrollt nach unten. Wählt eure Download- und Upload-Geschwindigkeit, welche ihr gebucht habt. Ist aber nicht wichtig. Kann man stehen lassen, was man will. Funktioniert trotzdem genauso schnell, wie es ist. Geht dann auf Verbindungseinstellungen ändern. Verwenden und gebt hier unten bei VLAN für den Internetzugang verwenden die VLAN-ID ein, die ihr mit dem Schreiben erhalten habt. Auch hier klicke ich wieder auf Verwerfen, weil sonst nichts mehr funktioniert. Es kann sein, dass nachdem ihr den Internetzugang eingerichtet habt, bei IPv6 wieder die Standardeinstellungen hinterlegt sind. Dann nochmals native IPv6, IPv4 Verbindung DSL-Lite und übernehmen. Danach sollte alles funktionieren. Der nächste Punkt ist die Telefonie. Wir klicken im Reiter Telefonie auf eigene Rufnummern. Neue Rufnummer. Und dann Internetrufnummer. Bei manchen steht auch IP-basierter Internetanschluss dran. Klicken auf Weiter. Wählen bei Telefonanbieter wieder ganz unten andere Anbieter. Bei dem Punkt Rufnummer gebt ihr eure Rufnummer mit Vorwahl ein. In meinem Fall wäre das 07131 644 6909. Und in dem zweiten Punkt gebt ihr nur den hinteren Teil ein, also ohne Vorwahl. Danach kommen wir zu den Zugangsdaten. Ihr habt einen Benutzernamen, ihr habt eine Rufnummer, ihr habt einen Passwort und ihr habt ein SIP-Registrat. Das heißt Benutzernamen, Authentifizierungsname lasst ihr frei, Kennwort gebt ihr ein und bei Registrat schreibt ihr das Registrat ein. Das müsste tel.dgn.digital sein. Auch der Proxyserver bleibt frei. Danach auf Weiter. Die Rufnummer wird getestet und sollte dann auch funktionieren. Wichtig ist, ihr sollt hier keine weiteren Rufnummern hinzufügen, denn ihr müsst für jede Rufnummer eigene Benutzerdaten, eigene Zugangsdaten haben. Und somit müsst ihr diesen Schritt so oft wiederholen, wie ihr Rufnummern habt. Ich hoffe, ich konnte euch damit helfen. Bei meiner ersten Einrichtung hat es über zwei Stunden gedauert, weil keiner wusste, welche Daten eingegeben werden mussten. Der Techniker von der Deutschen Giganetz wusste es nicht. Auch der Second Level Support wusste es nicht. Erst nach mehrmaligem Ausprobieren haben wir es hinbekommen und ich hoffe, ich kann euch damit ein wenig Zeit sparen. Lasst ein Abo da. Vielen Dank.